Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Per Aspera und unserer Mars-Kolonie. Und da wir so selten im Spiel so nah rankommen, dachte ich, fange ich mal zumindest mal an mit so ein paar nahen Sichten, weil es ist eigentlich echt ganz hübsch, wenn man näher ranzoomt, nur macht man das nie. Da ist unsere Kolonie mit ihrem Luftschiff und es sind ein paar Sachen passiert. Zum einen habe ich gedacht, das habe ich doch gar nicht ausgeschaltet, aber unsere Aluminiummine, die allererste, die wir gebaut haben, da sind die Ressourcen alle. Das heißt, da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir da große Probleme kriegen. Aluminium ist eng, ist knapp, das wissen wir. Wir haben zwar hier unten eine neue gebaut, aber es könnte sein, dass wir da Probleme kriegen mit dem Aluminium. Und dann nochmal vielen Dank für einen Hinweis, der uns jetzt helfen wird, hier beim neuen, nach unserem ersten missglückten Versuch, einen neuen Landeplatz hier hinzubauen. Der zweite ist im Bau, der wird bald fertig sein. Oder nee, es wird noch ein bisschen Stahl reingebracht, genau. Sechs Stahl fehlen noch, dann wird das Ding gebaut. Und übrigens ist das andere, der schwarze Polarstaub ist fertig. 60 Prozent, da wird gleich die Rakete starten. Oder das Projekt starten. Wie genau das funktioniert, wie wir den schwarzen Staub über den Marspolen verteilen. Vielleicht sehen wir es ja. Aber genau, was wichtig ist hier unten für den Bau, na, für den Bau des neuen Landeplatzes. Wenn man hier Sachen auswählt, also jetzt erstmal nur so, wie es aussieht, ja, von der UI her. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier eine Siliziummine baue, weil das hier weiß ist, dass das die Siliziummine 1 ist. Es ist aber so, dass das schwarze ausgewählt ist. Das sieht man natürlich hier, weil da eine 2 steht. Aber ich hätte von der UI gedacht, weiß ist ausgewählt, schwarz nicht ausgewählt, weil das einfach so klassisch eher so ist. Das ist ganz wichtig, weil das natürlich deutlich weniger kostet. Hier sehen wir zum Beispiel 2.2 oder 6.6. Auch deswegen hat es wahrscheinlich hier nicht funktioniert. Gut. Vielen Dank also für den Hinweis. Das hätte ich wahrscheinlich übersehen. Er hätte mir nochmal den Landeplatz da falsch gebaut. Da wir hier keine Ressourcen mehr haben, gehe ich davon aus, dass wir da auch nichts mehr rauskriegen. Insofern können wir das Ding verschrotten und die 2 Stahl und 2 Aluminium da uns zumindest noch rausholen. Und dann lassen wir schon mal schneller laufen und warten auf unser Schiff, das ja eigentlich jetzt hier zusammengebaut werden müsste. Ich bin nicht allzu fern in der Zukunft und beobachten vielleicht in der Zwischenzeit nochmal auf diesem Landeplatz etwas. Im übrigen, morgen gibt es nicht nochmal Per Aspera. Es geht aber noch weiter. Ich überlege mir gerade ein System, wie ich mit den Aufbauspielen so umgehe, weil das Interesse immer so schnell fällt. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ich denke, dass wir vielleicht bei den Aufbauspielen so eine Art Staffelsystem wie bei Steinballen, ich glaube, das gebe ich offen zu, benutzen. Dass wir sagen, wir bauen erstmal in einem eine Woche was auf, dann bauen wir in dem anderen weiter und so weiter und so fort. Und da ist ein bisschen die Frage, wo ich morgen mit einsteige. Ich glaube, dass wir mit Per Aspera trotzdem nächste Woche noch eine Woche weitermachen. Aber es könnte sein, dass morgen ein anderes Spiel, entweder Surviving the Aftermath oder Workers and Resources, auf dieser 16 Uhr Position am Sonntag steht. So, das noch zur Kanal-Info. Kleine Werbung, morgen 16 Uhr. So, und jetzt, ah, jetzt wird hier nochmal. Okay, also der schwarze Staub wird offensichtlich direkt verteilt. Und dann einfach, dann wird das einfach nochmal gemacht, sozusagen. Jetzt könnten wir direkt gucken. Dadurch wird die Rückstahlung auf dem Planeten verringert und dadurch wird natürlich dann die Temperatur erhöht. Jetzt schauen wir mal auf die Temperaturkurve. Die geht natürlich jetzt momentan gnadenlos nach unten. Die müssten sie eigentlich ja nach oben bringen, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich das sehe, gibt es einen ganz kleinen Knick nach oben, aber nicht wirklich. Aber hier gibt es einen, der Pressure, die Pressure geht nach oben, oder beziehungsweise bleibt gleich, die geht nicht nach oben, aber es ist zumindest, naja gut. Das werden wir mal beobachten, was das jetzt macht. Fürs Terraforming und hier wird jetzt das Schiff gebaut, alles klar. Das dauert noch ein bisschen, deswegen gehen wir nochmal auf ganz schnell. Denn ansonsten ist hier erstmal, wir können jetzt nochmal schauen auf das Aluminium. Das wird aber trotzdem noch mehr produziert. Gut, also diese Aluminium-Mine hat auch noch einen Boni. Die ist auch noch gar nicht aufgewertet. Ich nehme mal die Priorität nochmal raus, da wir ja jetzt gelernt haben, wir lesen ja am Ende immer die Wissensdatenbank und wir haben gelernt, dass, wenn wir die priorisieren, dass sie dann auch mehr Strom verbraucht. Gut, aber die ist noch auf Stufe 1. Die hier unten haben wir, glaube ich, direkt Stufe 2 gebaut. Genau, das hätten wir gar nicht machen müssen, weil hier sind weit weniger Ressourcen als bei der anderen. Wo haben wir noch Aluminium gefunden? Hier haben wir nochmal Aluminium und hier haben wir auch Aluminium. So, und die nächste Forschung ist bereit. Die Atmosphärenbremsung von Methan. Durch einen Methan-Asteroiden. Bringe Methan von außen auf den Mars, indem du einen Methan-Asteroiden per Atmosphärenbremsung auflöst. Das wäre dann jetzt die nächste Variante, die wir machen können, um fürs Terraforming zu sorgen. Die dritte Variante wäre eine Weltraumspiegelanlage, um die Temperatur an den Polen zu erwärmen. Und ist auch das letzte, was hier im zweiten Block sozusagen noch verfügbar ist. Und ich glaube, das machen wir dann auch dementsprechend. Und dann schauen wir weiter, in welche Richtung wir uns beim nächsten Mal bewegen. So, zusätzlicher Landeplatz 83, 84 Prozent. Es ist nicht mehr so lang hin. Ja, die Produktion auf 4 im Monat ist natürlich Mau-Wasser 7,1. Der Bedarf ist auch höher. Sollten wir nochmal Wasser ranholen, ist die Frage. Hier oben, die beiden Dinger stehen da. Das sind jetzt auch Extraktoren 2, weil wir jedes Mal jetzt die bessere Variante gebaut haben. Ohne das so wirklich zu wollen. Hier sind 650. Warum sollten wir nicht dafür sorgen, dass wir sicher sind beim Wasser? Deswegen, aber ich baue Nummer 1. Ja, es ist tatsächlich wirklich ein guter Hinweis gewesen. So, bauen wir da nochmal Wasser hin. Das ist quasi ja direkt auf dem Weg. Und hier könnten wir nochmal was erlauben. Dieses Miererallau wird die Puls erheben und erheben die Temperatur effizient. Ja, sie erzählt uns wieder was über die Spiegelanlage. So, angedocktes Landemodul. Ne, Moment, wir sind in der Kohlenstoffmine. Da wollte ich hin. Es ist scheinbar schon gestartet, ja? Sind wir schon fertig? Transferdaten empfangen. Ne, noch können wir es nicht starten. Es muss erstmal ordentlich angedockt werden da oben. Bevor das geht, machen wir das noch einmal schnell. Und dann bauen wir die nächste Kolonie. Und dann müssen wir uns wirklich anschauen, was da als nächstes möglich ist. So, jetzt gucke ich nochmal, was wir als nächstes für die... Das ist fertig jetzt. Wir könnten noch einmal 50 extra Bevölkerung ranholen. Aber ich glaube, wir machen erstmal was anderes. Der Polarstaub ist Teil 1. Wir könnten jetzt die Treibhausgase mal ranholen. Oder eben diesen Asteroiden. Treibhausgase von der Erde. Ja, komm, machen wir das mal. Oder warte mal. Ich weiß nicht, was besser ist. Egal, holen wir erstmal Treibhausgase von der Erde. Das dauert eine ganze Weile. Das geht ein bisschen schneller. Aber gut. Okay, und dann schauen wir uns jetzt an, dass wir hier einen neuen Landeplatz ranbasteln. Zwei starten. Wie ging das nochmal? Da geht's. So, das heißt, wir müssen hier jetzt das Ganze nochmal machen. Wir bauen es direkt daneben. Weil ich will den anderen dann abreißen. Also den brauche ich da jetzt nicht nochmal. So war das, oder? Was ist jetzt passiert? Nichts ist passiert. Jetzt geht das. Jetzt mach ich's mal ein bisschen langsamer. So, jetzt bringen wir hier auf den ersten Landeplatz haufenweise Zeug. Das ist gar nicht notwendig. Wir brauchen nur einen. Also auf jeden Fall sind jetzt genug Ressourcen da. Und wir beginnen also jetzt mit einer Mine, Aluminium-Klasse 1 bitte. Teil 1. Dann wird die Silizium-Mine auch direkt mit angeschlossen. Und dann werden wir als nächstes die Eisen-Mine anschließen. Auch bitte Klasse 1. Wir haben hier eine Silizium-Mine und Klasse 2. Können wir die runtergraden? Nein. Wir können sie wieder aufbauen. Allerdings wirklich mit erhöhten Kosten. Das ist jetzt doof. Ich würde die gerne weghauen. Das geht nicht. Das ist natürlich doof. Wobei wir jetzt vielleicht genug haben, um das einmal wieder aufzubauen. Aber ich würde es gerne eigentlich nur abreißen. Also Eisen-Mine 1 auf dieser Seite. Keine Wartung, keine Energie ist dann das Problem, wenn wir das nicht vorher bauen. So ein Blödsinn. So, aber hier haben wir also 5 Aluminium. Wie viel haben wir da jetzt? 6 und 1. Also 7 nur Aluminium momentan. Der holt das da gerade weg. Wenn ich jetzt sage, wieder aufbau und dann es abbreche. Ich schaue mal, ob das geht. Genau, verschrotten. Ach so, vielleicht macht er jetzt das... Ah, er verschrottet jetzt erst. Genau, deswegen ging es gerade nicht. Wir hatten den verschrotten Befehl schon gegeben. Das macht er jetzt. Er holt nur noch die extra Materialien ab. Und dann ist das erstmal weggeschrottet. Lassen wir ihn das mal zu Ende machen. 2, 1 und 0. Okay. Das heißt, jetzt kommt da eine Siliziummine Klasse 1 rein. Und dann bauen wir eine Eisenmine Klasse 1. Und da ist dann schon die Energie vorbei, weil wir das eigentlich näher heranbauen müssten. 4, 20, 4, 16. Wir haben jetzt sehr viel mehr Stahl. Wir können das ja am Ende abreißen, hier den Landenplatz. Erstmal benutzen wir noch das, was wir da rausholen können. Alles, was geht. Okay. Ja, ein bisschen schneller machen wir es mal. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht gesagt. Aber bei Phoenix Point, dass ihr euch mit der Werbung anfreunden könnt. Und hier hat sogar jemand geschrieben, bau doch einen Spendenkontenopf ein. Den würde ich sogar benutzen. Vielen Dank. Ich bin da gerade. Ich gucke gerade ein bisschen rum, was es da so gibt. Da ist jetzt kein Zeitdruck. Da schaue ich mal, ob wir so einen Spendenknopf irgendwo hin basteln. Aber ich weiß noch nicht, ob das über Kofi oder über Paypal oder keine Ahnung. Also Paypal und Kofi wären ja... Also Kofi wäre auch über Paypal. Ist ja wurscht. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich gucke da ein bisschen, was die Optionen sind. So, wir hätten hier nochmal Aluminium. Wir hätten Kohlenstoff. Wir haben Silizium nochmal. Was brauchen wir als allererstes? Ich glaube, die Stahlfabrik ist eine gute Geschichte. Die kostet uns Aluminium und Eisen. Und braucht dann aber Kohlenstoff und Eisen, um Stahl herzustellen. Das heißt, wir müssen noch eine einer Kohlenstoffmine bauen. Jetzt schauen wir mal. Da gibt es dreimal Kohlenstoff, meine Herren. Schauen wir mal, ob wir... Genau. Und da müssen wir halt schauen, wie das mit der Energie jetzt funktioniert. Wenn wir hier mal auf die Energie schauen, haben wir hier jetzt natürlich genug, weil wir zwei Landeplätze haben. Aber ich denke, es sollte jetzt auch eine Solarfarm möglich sein. Die braucht Elektronik zweimal. Das sollten wir aber im Lager haben. Vier davon haben wir da. Und sechs haben wir da. Ja, jetzt ist es, glaube ich, ziemlich safe. Dann bauen wir hier eine Solarfarm dazwischen. Und dann eine Stahlfabrik hier dazwischen. Zwischen die beiden Anlagen von Kohlenstoff und Eisen. Okay. Das sieht doch gut aus hier. Und dann brauchen wir natürlich relativ bald auch dann eine Wartungsanlage, die Polymer aber braucht. Deswegen müssten wir das dann auch wieder erstmal hinbasteln. Die braucht Chemikalien. Dafür müssten wir entweder in den Krater rein. Oder hier unten hin. Schauen wir mal ganz kurz, wie groß die Wartungsanlage ist. Ja, die würde das alles hier unter einen Hut bringen. Da wäre dieser Standort eigentlich ziemlich perfekt. Dann haben wir alle Ressourcen, inklusive der Forschungsstation, die wir da oben bauen, dann unter einer Wartungsanlage zusammengefasst. So, dann müssten wir, aber Moment, wozu brauchten wir Glas? Wir haben beim letzten Mal zuerst eine Teile- und eine Elektronikfabrik gebaut, wenn ich mich richtig entsinne. Aluminium und Stahl zum Bau und wir brauchen Silizium und Aluminium. Das haben wir schon. Die Teile-Fabrik braucht Stahl und Aluminium. Genau, das war's, das Erste. Und es muss erstmal dieser einzelne, alleinige Arbeiter da vor sich hin arbeiten. So, wir haben die Forschung, die nächste Forschung abgeschlossen. Die Weltraumspiegelanlage. Eine Flotte von Weltraumspiegeln im Polarorbit mit dem Ziel, die Temperatur an den Polen zu erwärmen. Eine Flotte von heißt wahrscheinlich wieder jedes Mal, also es ist nicht ein Projekt, sondern es ist ein fortlaufendes Projekt. Okay, damit sind wir mit der 0,1 sozusagen in allen Bereichen durch. Jetzt können wir entweder das Gebäudelimit erhöhen, wir können den Raumhafenlimit erhöhen oder das Kolonistenlimit auf 4.000. Schau ich mal einmal ganz kurz, wir müssen uns irgendwas auswählen, wir können es aber gleich ändern. Was haben wir denn am ehesten nicht? Wir haben eine Bevölkerung 246 jetzt von 300, das wird natürlich jetzt relativ bald steigen. Gebäudelimit haben wir noch gar nicht ausgereizt. Und was war das andere? Gebäudelimit, Kolonistenlimit oder Raumhafenlimit, richtig, auf 4. Zwei haben wir davon schon, naja, vielleicht machen wir das zuerst. Das wäre dann in dem Bereich der Ingenieurswissenschaft sowieso die, ach nee, Quatsch, des Weltraums, genau. Na gut, ich glaube, ich mache trotzdem erst die Ingenieurswissenschaft, auch wenn wir das Gebäudelimit noch nicht ausgereizt haben. Aber da haben wir dann die Möglichkeit, die Fabriken zu verbessern und das halte ich gerade für irgendwie besser. So, der eine kleine Mann muss hier arbeiten. Zwei sind es, durch die zwei Landeplätze. Lassen wir das mal kurz sie machen und schauen mal, was jetzt hier passiert. Allerdings ruft erst mal Dr. Foster an. Gehen wir ein bisschen raus, damit es ruhiger ist. Ähm, Sicherung der Energieversorgung, Sicherung der Produktionsgebäude. Naja, beides, oder? Beides wäre doch super. Ähm, ich würde mal die Energieversorgung natürlich an erste Stelle setzen. Dann werde ich die Energieversorgung aufbauen. Die ganze Base ist auf die Uninterrupted Power gehalten. Ich werde genug Batterien zu haben, um die Base zu unterstützen. Das ist ein guter Plan. Das wird die Mission gefährdet? Nein, nein, nein. Du kannst es schützen, was der Schmerz kann passieren. Das ist nur das erste von vielen Herausforderungen, die du facest. Aber du bist bereit, um zu reagieren und zu anyen Situation. Ich habe sicher, dass das. Roger. Danke, Dr. Foster. Well, you're welcome. Houston out. Da hat er gelacht, als wir gesagt haben, danke, Dr. Foster. Was soll denn das heißen? So, aber gut. Wenn das die Aufgabe ist, dann werden wir mal ein paar Batterien bauen. Ähm, wir haben tatsächlich auch Elektronik ohne Ende. Die Frage ist, wohin? Und ob das wichtig ist, wohin? Ob wir quasi an jede Solarstelle, das können wir ja mal anschauen. Also diese Solarstation ist für diese beiden Dinger zuständig. Hier gibt es eine Solarstation, die, können wir das auch im Energiemodus machen? Jawohl. Also, dass man einfach mal schaut, dass wir die richtigen Teile hier angestellt haben. Weil ich weiß nicht, ob der hier zum Beispiel, der Wasserextraktor, der braucht ja auch Energie. Der kriegt er aber nur, wenn wir da stehen, dann kriegt aber der nichts. Aber das scheint hier durch die Stromanlagen eigentlich zu gehen. Okay, ich baue mal Batterieanlagen zwischen die einzelnen Teile. Also in die Nähe der jeweiligen Solarstationen. Na, na gut. Und dann schauen wir mal, wie krass das wird. Also ich habe da keine Ahnung, was hier an Problemen auftauchen könnte. Ein, zwei, dreimal Batterie. Dann bauen wir hier oben noch. Moment, wo haben wir denn unsere größte? Hier ist die große Produktionsanlage. Wenn da ein Meteor reinfällt, ist das natürlich richtig doof. Bauen wir da mal zwei Batterien hin. Und vielleicht hier unten auch noch eine. Moment, wo haben wir jetzt die Batterie gebaut? Hier, ne? Ja, dann bauen wir hier unten noch eine hin. Wir bauen noch eine Batterie. Aber wie viel braucht die? Wie viel Energie braucht sie? Gar nichts. Gut. Dann ist das ja quasi ein No-Brainer. Das muss man quasi bauen. Und hier die Batterie nochmal für die Kolonie. Und die Außenteile, die würde ich dann mir anschauen, sobald was kaputt geht. Hier müssten wir natürlich, das ist jetzt natürlich ungünstig. Wenn hier schon was zerstört wird, dann kriegen wir ein Problem. Warum haben wir jetzt hier, ach, wir haben keine Glasfabrik. Siehste, Donnerwilder ist falsch gemacht. Die braucht Silizium. Dann machen wir das dann nochmal zuerst. Silizium ist hier. 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 Okay. Ich hoffe, es ruckelt nicht bei euch. Mein Aufnahmeprogramm sagt manchmal, dass die Kodierung gerade nicht stimmt. Ich verstehe nicht, warum. Es hat es bisher nicht gemacht, aber vielleicht bricht die Performance ein bisschen ein, wenn man weiter gespielt hat und das Ganze größer wird. Ich hoffe nicht, dass es unschön ist für euch gerade. Okay. Ansonsten werde ich mir das angucken und ansonsten beim nächsten Mal natürlich verbessern. So, dann ist das natürlich gut. Brauchen wir hier auch noch eine... Wir haben eine Solarfarm, die das erstmal regeln können müsste, zusammen mit den Teilen. Die Wartungsanlage müssen wir halt irgendwann bauen. Ich schaue mal ganz kurz auf die Wartung drauf. Das dauert aber normalerweise einen Moment, bis hier das einbricht. Hier, der ist ein bisschen kaputt, aber der steht da auch schon sehr lange. Okay. Dann ist das erstmal vielleicht gar nicht so schlecht, so wie es jetzt ist. Dann können wir es auch mal wieder ein bisschen beschleunigen. Haben wir hier irgendwo große Probleme? Silizium sieht gut aus. Wasser ist okay. Chemikalien sieht nicht so super gut aus. Das ist doch schön. Aber nee, noch haben wir es nicht erreicht. Also wir haben gerade angefangen, das zu erforschen. Aber noch ist es nicht so weit. So, was habe ich gesagt? Wasser. Chemikalien sieht nicht so gut aus. Und Eisen könnte auch mehr sein. Also wir haben hier ein großes Wasservorkommen. Eisen haben wir auch nicht, sehe ich gerade. Wo sind denn unsere Scanner jetzt am Arbeiten? Oh, die sind aber weit draußen schon, alles klar. Auch wenn sie langsamer werden, für mich reicht es gerade, was die hier so leisten. Also ich brauche jetzt keine weiteren an die Ränder bauen, weil das ist echt ordentlich, was die hier jetzt anschauen. Aber jetzt sehen wir mal so einen Bereich, so einen schraffierten Bereich, was das heißt, wenn es anzeigt, hohe Wasservorkommen. Da ist dann echt einiges. Also haben wir hier eine Mordsanzahl an Chemikalien und Wasser da oben. Aber Eisen sehe ich jetzt nur da oben. Da ist allerdings auch Aluminium, was natürlich auch wieder gut ist. Und Chemikalien. Was meinst du denn jetzt? Kommen schon die ersten Einschläge jetzt hier oder was? Oder was sagst du? Oder hat dich einfach irritiert, dass er gesagt hat, das ist erst die erste Challenge und es kommen noch viele andere. So, klein und neu und schön und gut, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich glaube, wir sind auch dabei, dass wir hier eigentlich fast alles jetzt schon abarbeiten, außer die Chemikalien. Also Glasfabrik steht auch. Dann können wir, dann haben wir jetzt die Stahlfabrik und die Solarfarm. Alles ist im Bau. Dann sollten wir vielleicht jetzt mal die Wartungsanlage rein. Ach nee, Quatsch, wir brauchen erstmal die Polymerfabrik. Die braucht eben die Chemikalien. Dafür bauen wir uns eine Relaystation für den zweiten Arbeiter. Dann bräuchten wir allerdings auch eine Arbeitergeschichte. Moment. Wo ist denn die nochmal? Ähm, 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 nicht die Wartungsanlage. Ist die bei den Kolonien? Forschungsausbepfosten? Nein. Teile, Stahl, Polymer, Glas, Nahrungsmittel, Elektronik. Da ist sie. So, und die braucht aber eben Teile und Elektronik. Und für Elektronik brauchen wir das. Und da brauchen wir, ja doch. Dann müssen wir erstmal Elektronik und Teile bauen. So, die brauchen, ah, jetzt mal sie nochmal reinschauen. Elektronik braucht zum Produzieren Silizium und Aluminium. Das wäre dann hier dazwischen auch. Und Teile Stahl und Aluminium. Okay, es müsste also quasi neben die, ja, das passt jetzt nicht so richtig gut, aber da ist ja in Ordnung. Wenn wir das hier anbauen, ist da ein Meteoritenschauer? Na gut. Wir setzen das trotzdem nochmal hier an kurz. Meteoritenschauer kommt, sagt er, aber wir wissen noch nicht genau wann. Offensichtlich. Oder beziehungsweise nicht genau wo. Hier soll was kommen. Hier kommt ein Einschlag. Na gut. Wir beobachten das mal von etwas weiter draußen. Mit nicht allzu hoher Geschwindigkeit. Um zu sehen, was hier passiert. Und wisst ihr was? Die Folge ist vorbei. Verflixt. Und das genau beim Meteoritenschauer. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache morgen keine. Na ja, vielleicht mache ich morgen doch eine. Wenn jetzt schon ein Meteoritenschauer kommt und die erste Challenge. Okay, liebe Freunde. Ja, so machen wir das. Irgendwie kommt morgen doch noch eine Folge, glaube ich. Denn ich kann ja jetzt nicht am Wochenende euch mit dem Meteoritenschauer, mit diesem Cliffhanger hier hängen lassen. Gut, am Ende, also ich hoffe wirklich, dass hier keine Ruckler drin waren. Ansonsten wird das bereinigt bis zum nächsten Mal. Und wir schauen noch einmal am Ende in die Wissensdatenbank. Ja, wo schauen wir denn rein? Die beiden haben wir jetzt. Wir könnten uns die einzelnen Ressourcen anschauen oder den Terraforming-Plan oder die Gebäude. Komm, fangen wir mit den Basics an. Mit den Primärressourcen. Machen wir wieder drei. Und dann schauen wir weiter. Aluminium. Aluminium ist das dritthäufigste Element in der Marskruste und wird allgemein in Form von Aluminiumvorkommen gefunden. Aluminium ist leicht dehnbar und extrem stabil, was es zu einem idealen Material für den Bau von Marsarbeitern und Fabriken macht. Wird verwendet von Energiegebäude, Militärgebäude, Kolonien, Terraforming-Gebäuden, Fabriken, Minen, Hauptgebäuden und Spezialprojekten. Produziert durch die Minen, erfordert eine Ader. Ist logisch. Kohlenstoff braucht auch eine Ader. Produziert von Minen, wird verwendet von Stahlfabriken, Polymerfabriken und der Weltraum. Dem Weltraum-Lift, den wir noch gar nicht kennen. Kohlenstoff ist auf dem Mars in Form von Kohlendioxid reichlich vorhanden. Doch auch in Karbonat vorkommen, überall auf dem Planeten. Dieses Material ist nützlich für die Herstellung von Plastik- und Kohlenwasserstoffen, die wiederum für die erfolgreiche Entwicklung der Kolonien von entscheidender Bedeutung sind. Machen wir noch die Chemikalien. Erfordert ein Chemikaliendepot, wird produziert von Fabriken, wird verwendet von Nahrungsfabriken, Treibhausgasfabriken, Polymerfabriken, Sauerstofffabriken und Spezialprojekten, Sauerstofffabriken. Unter der ersten Schicht des Marsbodens können biologische Chemikalien aus einer erdähnlichen Zeit gefunden werden. Nutze sie, um die Stoffwechselabfälle der Kolonisten zu verarbeiten und Nahrung zu produzieren. Interessante Kombination von Möglichkeiten der Verwendung von diesen Chemikalien, aber vielleicht sind es auch unterschiedliche Chemikalien. Hoffen wir mal. Gut, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.